Comis, Plural Comites, ist im Ursprung ein römischer Amtstitel, der im Laufe der Zeit mehrere Bedeutungen hatte. Sowohl im zivilen Bereich für Stadthalter und Mitglieder des Kaiserlichen Rats als auch für Militärs. Definition Seit dem frühen Prinzipat wurden die engsten Freunde des Imperators als Comis bezeichnet. Kaiser Hadrian ernannte U.A. auch Senatoren als Begleiter für diverse Dienstreisen, um ihn bei den alltäglichen Regierungsgeschäften zu unterstützen. Diese Männer wurden bald zu einer Art Kronrat. Und Hadrians Nachfolger betrauten die Comites mit der Administration von Justiz und Finanzwesen oder setzten sie in die höheren Kommandostellen beim Militär ein. Entwicklung Der Comis entwickelte sich im 3. und 4. Jahrhundert von einem reinen Ehrentitel und zu einem der höchsten Offiziers- und Administratoren-Titel des Spätrömischen Reiches. In der Spätantike bezeichnet Comis dabei in der Regel die höchste Rangklasse des Hofes. Während im Militär auch regionale Kommandeure den Comis-Titel trugen, die Comis-Rei-Militis. Sie waren den Diuses übergeordnet, sie selbst unterstanden wiederum dem Magister Militum. Beispiele für römische Comites sind Comis-Domesticorum für den Kommandanten der kaiserlichen Garde. Comis-Rerum-Privat-Arum für den Verwalter des kaiserlichen Privatvermögens. Comis-Sacrarum-Lagis-Sinum für den Verwalter des kaiserlichen Finanzwesens. Nachfolger In Ostrom verschwand der Comis im 7. Jahrhundert. In den germanischen Nachfolgestaaten Westroms und darüber hinaus im Mittelalter taucht der Titel in verschiedenen Variationen auf. Die häufigste ist anfangs der Comis als Vertreter der Königsmacht in den Verwaltungsbezirken entsprechend der karolingischen Gau-Verfassung. Aus dem sich der Comis als erblicher Besitzer dieses Bezirks entwickelte. Während sich in der deutschen Sprache für den Titel die Bezeichnung Graf durchsetzte, wurde in den von der lateinischen Sprache geprägten Ländern der Begriff sprachlich weiterentwickelt. Comte und Comte im Französischen Comte und County im Englischen, wobei der Titel für ausländische Grafen vorgesehen ist, während die inländischen Öl genannt werden. Comte hingegen sowohl in als auch ausländische Grafschaften bezeichnet. Comte und Condado im Portugiesischen Comte im Spanischen Comte im Italienischen Neben dem Comis als regionalem Vertreter gab es den Comis als Hofamt, zum Beispiel den Comis Stabuli für den Stallmeister. Aus dem sich die Begriffe Conetable und Constabla entwickelten. Comis Palazzi für den Verwalter der Pfalzen und Vertreter des Herzogs, woraus in der deutschen Übersetzung der Pfalz Graf wurde. Lokaler Vertreter des Comis wiederum war der Weißgomes, aus dem sich in Frankreich der Weg kommte. In Großbritannien der Viscount und in Italien der Viscount er entwickelte, letztere sogar bis in den Familiennamen der Viscounti hinein. Vom 10. bis 13. Jahrhundert wurde in Ungarn der Titel in mehrfacher Bedeutung verwendet. Sowohl der Komitatsgraf und später der Obergespann als auch die Oberhäupter von Adelsgeschlechtern oder anderen Gruppen wurden als Comis bezeichnet. Der Begriff des Markgrafen geht nicht auf den Comis zurück. Hier ist das aus dem Germanischen stammende Wort Machio der Ursprung, mit dem der Inhaber der Staatsgewalt in einer Grenzmark bezeichnet wurde. Siehe auch Comitat, komische, Dux.